Musik Lange haben wir in Bremen auf Schnee gewartet und zu Weihnachten war auch nichts da. Aber dann endlich war es soweit und es fing an zu schneien. Hallo Freunde des gepflegten Schneefalls, es ist soweit. Wir haben ein Winterwunderland und deshalb gehen Ulo und ich jetzt nach draußen auf Tuchfühlung mit Frau Holle. Musik 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 Es ist ein früher Sonntagmorgen und wir genießen einfach nur die unheimliche Ruhe und den wunderbaren Schnee, oder Ole? Musik 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 Da hinten geht jetzt langsam auch die Sonne auf. Da in dem Bereich. Musik Und da oben, seht ihr, da ist immer noch der Mond, nicht Ole? Musik 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 Er hat einen Stock gefunden, das gibt es ja gar nicht. Musik Aber jetzt kommt gleich das Beste von allem, nicht Ole? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann wollen wir langsam auch wieder zurückgehen, denn ich habe jetzt Hunger bekommen, oder sicherlich auch, aber für mich geht es erstmal zum Bäcker. So, unsere Runde ist gleich zu Ende. Ich blende euch hier nochmal ein Sommervideo ein, um euch ein bisschen einzuheizen. Auf der Seite könnt ihr mich abonnieren, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder im Urlaub, ganz weit weg. Vancouver, Florida, wo immer ihr auch wollt. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Zeit.